Im Jahr 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt als Soldat, wie hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben, das möchte ich auch hier feststellen. Dieser Mann, der hier in einem Interview spricht, ist Kurt Waldheim. Das Interview findet im Frühjahr 1986 statt. In diesem Jahr tritt Waldheim für die ÖVP als Kandidat für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten an. Und Waldheim hat gute Chancen zu gewinnen. Er war Generalsekretär bei den Vereinten Nationen in New York und hat jahrelang als Diplomat im österreichischen Außenministerium gearbeitet. In diesem Interview geht es um seine Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg. Ihm wird vorgeworfen, als Offizier am Balkan an Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht beteiligt gewesen zu sein. Außerdem soll er seine Rolle verheimlicht haben. Waldheim bestreitet die Vorwürfe in vielen emotionalen Auftritten. Sätze wie, ich habe nur meine Pflicht getan, lösen im damaligen Wahlkampf eine heftige Debatte aus. Die wichtigste Frage, wie soll Österreich mit seiner Vergangenheit während der NS-Zeit umgehen? Auf der einen Seite finden sich viele Menschen in Waldheims Aussagen wieder. Der Krieg war erst seit 40 Jahren vorbei. Viele Menschen in Österreich waren entweder Selbstsoldaten oder hatten Verwandte, die das waren. Manche Männer zogen bereitwillig in den Krieg. Die meisten hatten so gut wie keine Wahl, ob sie für die Wehrmacht in den Krieg ziehen oder nicht. Auf der anderen Seite ist schon vielen Menschen bewusst, dass Millionen Menschen von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Viele Menschen empfinden Waldheims Worte über seine eigene Vergangenheit als Verharmlosung oder als persönliche Erkränkung. In den 40 Jahren seit Kriegsende wird kaum darüber gesprochen, dass auch Österreicherinnen und Österreicher während der NS-Zeit furchtbare Verbrechen begangen haben. Lange Zeit sah sich Österreich als erstes Opfer Hitlers. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Österreicherinnen und Österreicher waren sehr wohl auch Täterinnen und Täter. Mit der sogenannten Waldheim-Affäre beginnt die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus. Die Aufarbeitung ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Kurt Waldheim gewinnt die Wahl 1986 und wird österreichischer Bundespräsident. Von der Regierung beauftragte Historiker untersuchen seine Vergangenheit und kommen zu dem Schluss, er hat sich nicht an Kriegsverbrechen beteiligt, aber von ihnen gewusst. Während seiner Amtszeit wird Österreich von einigen anderen Ländern ausgegrenzt. Waldheim wird wegen seiner Vergangenheit sogar die Einreise in die USA verboten. Er tritt 1992 nicht mehr zur Wiederwahl an. Nach ihm folgt Thomas Glästil. Waldheim hat aber eine kritische Aufarbeitung der österreichischen Vergangenheit ausgelöst, allerdings nicht freiwillig. Keith lernsch absolutely österreichisch. Es wird lernschuyorum.